Okay, meine Freunde, OpenAI hat tatsächlich jetzt den Code-Interpreter vorgestellt. Und wir machen das jetzt folgendermaßen, weil das Ding einfach super mächtig ist und man da zig Tutorials dazu machen kann. Ich zeige euch in diesem Video den ersten Anwendungsfall, nämlich ein kleines Data Science Projekt, das wir machen können. Und im Talk am Sonntag, also am 16. werde ich mal auf die Funktionsweise von dem Code-Interpreter eingehen, denn das ist eigentlich nichts weiter als ein etwas besonderes Plugin, zu dem wir verhältnismäßig wenig wissen. Aber wir gucken uns das am Sonntag an und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Heute schauen wir uns, wie gesagt, ein Data Science Projekt an. Also als allererstes mal, ihr müsst selbstverständlich das Ding aktiviert haben, Settings, Beta Features, Code-Interpreter aktivieren und ihr müsst Plus-Benutzer sein, sonst habt ihr das ja nicht. Aber ansonsten ist es relativ straightforward. Jetzt sehen wir schon die erste Änderung, wir können Daten hochladen. Das ist tatsächlich in den normalen Modi auch immer noch nicht drin, aber im Code-Interpreter können wir auch sogar Bilder hochladen. Wir können alles an Daten hochladen und, naja, ChatGPT versucht es dann zu analysieren. Das funktioniert mal weniger gut, mal besser. Wir gucken uns Use Cases an, wie gesagt. Heute wollen wir Data Science machen. Das bedeutet, wir wollen Daten mal ein bisschen untersuchen. Und nein, ganz kurz dazu, der Code-Interpreter ist kein Data Scientist. Ja, der ersetzt Data Scientist nicht. Das Schwierigste ist nicht, den Code zu schreiben als Data Scientist, sondern die Daten schön zu sortieren und die Daten dann am Ende auch wirklich sinnvoll auszuwerten. Also wirklich Hypothesen aufzustellen, die dann zu verifizieren oder falsifizieren. Das macht euch jetzt ChatGPT deutlich leichter, aber ihr seid immer noch super wichtig dabei. Also ihr müsst euch mit Data Science ein bisschen auskennen, ihr könnt es aber natürlich auch lernen. Wie gesagt, ich habe einen Kurs dazu. Guckt euch den gerne mal an. Das ist zumindest mal ein Einstieg dafür. Okay, also was ist das hier? Das ist Kaggle. Kaggle ist eine Seite, wo man einfach viele, viele Datensätze hochladen kann. Supergeile Datensatzseite, auch mit Competitions und allem drum und dran. Und wir können hier uns einfach diesen Datensatz zum Beispiel runterladen. Ultimate Film Statistics Dataset. Hat ein paar mehr als 200 KB. Und ist eine CSV-Datei. Hat ein bisschen arg viel mehr als 200 KB. Naja, wir können den hier hochladen. Größe ist hier eigentlich wirklich nicht relevant. Es haben schon Leute geschafft, 250 MB hier hochzuladen. Aber die Daten sind nicht unendlich hier. So, ihr seht, das Ding lädt gerade noch hoch. Schön abwarten. Und jetzt kann ich hier sagen, analysiere diesen Datensatz. Welche Informationen stehen mir zur Verfügung? Ich mache das jetzt hier mal für euch auf Deutsch. Normalerweise mache ich es auf Englisch, aber funktioniert auf Deutsch genauso. Es hört sich noch manchmal ein bisschen weird an in meinem Kopf. Und ja, ich habe schon wieder gedenglischt. Und ja, ich tue das weiterhin, weil warum nicht? Kann ich doch reden, wie ich möchte. So, und hier sehen wir tatsächlich schon, was wir alles zur Verfügung haben. Das sind die Spalten, die wir hier uns angucken können, die einfach in der CSV drin sind. Das heißt, ich muss nicht mehr die CSV aufmachen und kann einfach so mit der interagieren. Ich chatte sozusagen mit der CSV. Wichtig auch, dieser Code-Interpreter versucht auch mit Einträgen umzugehen, die nicht vollständig sind. Also das heißt, wir haben hier manchmal einen Bindestrich. Und das ist ein riesiges Problem in der Data Science. Wir haben nicht immer perfekte Daten. Wir haben seltenst perfekte Daten. Hier, das Ding hat eine Usability von 10,0. Das ist sehr selten der Fall. Aber für eine Demo ist es, glaube ich, ganz geil, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen. So, wie hat es das rausgefunden? Naja, es läuft tatsächlich echter Code im Hintergrund. Wir mounten diese Daten als CSV in einem virtuellen Container sozusagen. Und wir benutzen legit ganz normales Python. Und zu, wie das Ding coden kann, auch am Sonntag, wie gesagt, etwas mehr. Ja, das ist erstmal so ein kleines Einführungstutorial. Okay, cool. Was kann ich jetzt mit diesen wunderschönen Daten machen? Also ihr seht, das ist quasi wie ein glorifiziertes Jupyter Notebook, wo der Code für mich automatisiert geschrieben wird und ich dann Rückgaben bekomme. Ich muss aber dafür nicht unbedingt coden können. ChatGPT debuggt sich hier sozusagen selber. Allerdings aktuell nur in Python. Zumindest laut meinen Erkenntnissen oder meinen Tests. Aber es kann gut sein, dass das sehr bald sehr viel weiter noch ausgebreitet wird. Und dass das irgendwie eingebaut wird in Codex, beziehungsweise in automatische Coding-Tools, CopilotX und so weiter und so fort. Zumindest ist das die Vermutung. So, wie kann ich jetzt mit dem Datensatz hier weiter interagieren? Naja, ich kann mal zumindest fragen und hier wieder als Perk, wir können nicht nur Code ausführen, sondern wir können auch einfach diese Intelligenz, diese künstliche hinter GPT-4 mal fragen. Und wer jetzt wie gesagt sagt, hey, das ist keine künstliche Intelligenz, guckt euch das Video von mir dazu an. So, welche Hypothesen könnte ich auf diesem Datensatz untersuchen? Das ist Brainstorming. Und es ist meistens sehr schwer, zumindest für mich, immer sinnvolle Hypothesen zu finden, die man irgendwie auf dem Datensatz untersuchen kann. Manchmal hat man Daten, aber man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Und generell, dieses Brainstorming hilft mir zumindest schon immer mal wieder. Und ich finde das hier schon mal gar nicht so schlechte Ideen. Ich lasse das mal fertig generieren. Das ist tatsächlich aber eine interessante Idee. Nehmen bestimmte Genres mehr Geld ein als andere? Ich glaube, das würde ich tatsächlich gerne wissen. Lass uns Hypothese 3 untersuchen. Ist zwar noch keine Hypothese, aber egal. Ähm, welches Genre nimmt statistisch gesehen mehr Geld ein? So, und jetzt ein wichtiger Trick hierbei. Baut euch Grafiken. Das Ding kann Grafiken bauen, weil Python-Code kann Grafiken aus Daten bauen. Dementsprechend können wir es einfach fragen. Bitte erstelle aussagekräftige Grafiken mit K geschrieben. Grafiken. Guten Morgen, es ist zu früh. Ich hätte nicht zu früh aufstehen sollen. Oh Gott, bei mir ist gerade 8.18 Uhr, aber ich bin irgendwie seit 5 Uhr irgendwas wach und es war viel zu heiß. Also bitte verzeiht mir dieser kleinen Fehler hier. So, wir sehen hier übrigens, dass direkt ein Mudplotlib gebaut wird und sogar Seaborn genutzt wird, was sehr cool ist. Also auch Bibliotheken sind eigentlich in vielen Fällen kein Problem. Übrigens, ihr könnt sogar ein neuronales Netz in Code-Interpreter bauen und trainieren. Nein, das funktioniert. Das ist komplett krank. Ah, so, hier. Und das finde ich sehr, sehr cool. Okay, Achtung. Also, wir haben jetzt hier Code und wir sehen hier, dass dieser Code eben generiert wurde, ganz normal von JetGPT. Und dann bekommen wir einen Fehler. Ja, error missing, Klammer zu, was? Klammer zu, seit wann gibt es denn Klammern in Python? Ähm, genau. Und dann sehen wir, aha, ey, wir haben irgendwie ein bestimmtes Problem mit diesem Ding. Lasst uns, ich mach das hier mal weg. Wir sollten diese speziellen Zeichen in unseren Genre-Strings escapen, um den Fehler zu beheben. Ach, das war eben Genre. Lassen Sie uns das tun, um den Code erneut auszufilmen. So, badam. Und dann bauen wir uns hier einfach das ganze Ding neu mit einem Regex. Ist das ein Regex? Ja, okay. Wir können das Ding richtig, richtig quälen. Wir können uns einfach ein Regex bauen lassen. Ah, JetGPT, es tut mir leid. So, und dann sehen wir hier, ähm, boom, wir haben eine Statistik, welches Genre insgesamt am meisten Geld eingenommen hat. Ähm, Total Worldwide Gross Earnings by Genre. So, ähm, das ist jetzt allerdings, und deswegen müssen wir hier sehr, sehr aufpassen mit diesem Ding, das ist jetzt, ohne dass es gedacht hat, ja, das ist insgesamt über alle Filme. Und, naja, das ist wahrscheinlich wenig Aussagekräfte. Ich kann auch einfach sagen, ey, yo, ich mach mal 50.000 mehr Fantasy-Filme und keinen einzigen Adventure-Film mehr, dann wird wahrscheinlich Fantasy hier ziemlich steigen, während Adventure natürlich zurückgeht. Also, das ist insgesamte Earnings. Das heißt, immer auch euer Gehirn einschalten, ja, wenn ihr sowas baut. Ähm, die Aussagen sind nicht immer super hilfreich. So, das heißt, lass uns das vielleicht pro Film machen. Ähm, je nach Genre sortiert. Also nicht akkumuliert. Akkumuliert. So, mal gucken, ob das klar genug war. So, der weltweite Brutto-Erlös pro Film für jedes Genre. Er zeigt, dass Filme der Genres Animation, Action und Adventure die höchsten Dinge haben. Und jetzt sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Wir haben hier tatsächlich, äh, und das ist sogar der Brutto-Erlös. Ähm, das sind, äh, relativ interessante, ja, relativ interessante Statistiken. Also, wenn ihr Kohle verdienen wollt, zumindest theoretisch, braucht ihr einen Adventure-Film oder Animation-Film oder Sci-Fi. So, jetzt würde ich da aber ganz gerne noch die Ausgaben rausrechnen. Also, ähm, sprich, ich hätte ganz gerne nicht den Erlös, sondern den Gewinn. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Sci-Fi-Film oder ein Adventure-Film oder auch ein Animation-Film deutlich teurer sind als, sagen wir mal, äh, News. So, ähm, oder Sport. Demnach, ähm, bitte rechne hier noch den, haben wir die überhaupt? Die Ausgaben von der Produktion ab. So, und was hier auch sinnvollerweise angeführt wird, was übrigens sehr, sehr wertvoll ist, ihr solltet immer den Text unten drunter lesen, ähm, ist, dass wir eigentlich auch den Median berechnen könnten, um mögliche Ausreißer, äh, wegzusortieren. Der Median, ganz kurz erklärt dazu, ist, ähm, also der Durchschnitt ist einfach der, die Berechnung über alles, ja. Das heißt, ich, ähm, sagen wir mal, ich habe eine, eine, eine Liste von Zahlen 1, 45, 46, 47 und 300.000. Dann ist mein Durchschnitt wahrscheinlich deutlich über 1.000, auch wenn ich nur eine einzige Zahl habe, die über 1.000 ist, während mein Median ist irgendwie so bei, äh, 45 oder so. Ähm, dementsprechend, wenn da Ausreißer dabei sind, dann ist der Median hier definitiv toleranter, was das angeht und das würde mich danach wahrscheinlich eher interessieren. So, und das ist jetzt tatsächlich der durchschnittliche Gewinn pro Film für jede Genre. Und wir sehen, dass hier Animation tatsächlich deutlich höher ist, weil die einfach günstiger zu produzieren sind. Ah, wobei, es ist immer noch relativ ähnlich. Ja, doch, es ist relativ, äh, das ist wirklich richtig. Das ist halt so das Ding, ne, ich weiß nie, ob das richtig ist, aber es sieht zumindest Average Profit. Ja, es sieht zumindest nicht falsch aus. So, ähm, und jetzt, ähm, bitte nutze nun nicht den Durchschnitt. Sondern den Median für diese Tabelle. So, und dann haben wir tatsächlich aussagekräftige Tabellen oder Daten bekommen und die einigermaßen ausgewertet. Wie gesagt, das ist nur eine mögliche Sache, die man hier für dieses, äh, für diesen Datensatz durchführen kann. Ähm, ihr könnt hier noch sehr viel mehr machen. Und zum Beispiel eine weitere Hypothese wäre, dass die, ähm, dass die Filme über die Zeit einfach kürzer geworden sind. Oder, ähm, nicht mehr, zumindest nicht mehr so lang sind. Das ist jetzt eine Hypothese, die ich hatte. Ei, ei, ei. Okay, Median Profit bei Genre. Schau dir mal das an. Ja, da ist Animation tatsächlich deutlich höher. Während die anderen einfach scheinbar ein paar Ausreißer hatten. Ich nehme mal an, dass das nur, ja, das waren wirklich Ausreißer. Krass. Ähm, also wenn ihr, wenn ihr Kohle machen wollt, wahrscheinlich eher Animation machen. Cool. Ähm, ja, lasst uns noch eine zweite Hypothese verifizieren. Ich mach das mal eben. So, und das ist meine nächste Hypothese gewesen. Die Average Movie Runtime Over Years. Manche Menschen behaupten ja immer wieder, dass es, äh, dass die Filme immer kürzer werden. Tatsächlich hat es sich eher ein bisschen eingependelt, habe ich das Gefühl. Ähm, während wir hier wahrscheinlich einfach nicht genug Daten hatten, deswegen springt das so krass hin und her, sind es ab den 60ern erstmal sehr lange Filme gewesen und dann haben sie sich hier irgendwie so eingependelt. Und, naja, es scheint zumindest laut dieser Statistik hier relativ ungefähr gleich geblieben zu sein bei so 110 Minuten, würde ich sagen. Kann aber natürlich auch sein, dass das nicht die durchschnittliche Länge sein sollte, sondern der Median sein sollte. Aber ich würde sagen, der Median sagt mir was ähnliches hier. Also nicht wirklich eine, na doch, das, das, das ist schon, das ist schon relativ gleich geblieben. Also zumindest seit den 80ern hat sich hier nicht mehr so massiv was gemacht. Zumindest nach dem Datensatz. So, und jetzt natürlich super wichtig zu sagen, ey, wenn ich den Datensatz nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie viele Filme der beinhaltet, wenn ich nicht weiß, was da alles drin ist, ich müsste mir den jetzt tatsächlich auch mal genauer angucken, ähm, dann ist das natürlich auch nur so semi-aussagekräftig. Wir müssen uns also, ähm, auch wenn wir das super gut mit ChatGPT machen können, alles diese ganzen Analysen, müssen wir uns trotzdem sicher sein, dass unsere Daten richtig sind, dass wir alles richtig verarbeiten können, dass wir keinen Fehler gemacht haben und wir müssen natürlich ChatGPT vertrauen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das sieht relativ solide aus vom Code her. Aber immer bitte kurz reingucken, ob der Code vernünftig ist, ob der nicht irgendwie Quatsch ist. Ähm, und ja, dementsprechend müsst ihr natürlich auch ein bisschen coden können. Ihr findet eine Pandas-Playliste, weil wir jetzt hier die ganze Zeit Pandas benutzt haben, ähm, ihr findet eine Pandas-Playliste bei mir auf dem Kanal, da einfach mal danach gucken. Und ansonsten, ich glaube, das macht Datenanalyse doch schon ziemlich viel einfacher, wenn ich mich nicht die ganze Zeit selber um den Kram kümmern muss und vor allem, wenn der Code selbst geschrieben und ausgewertet und getestet wird. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr praktisch. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir gerne mal schreiben. Nächstes Mal schauen wir uns ein anderes Anwendungsbeispiel an. Das war jetzt hier nur Data Science oder Datenanalyse, aber es gibt natürlich noch tausende anderen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.